Hallo liebe Traderinnen und Trader, es wurde sich das Gold gewünscht und wir haben heute jetzt und hier den Dienstag, den 10. September, es ist ziemlich genau 15 Uhr und Gold habe ich das letzte Mal gemacht am 14.8., also es ist fast 4 Wochen her, deswegen passt das. Sie merken schon, ich versuche immer so eine gewisse Regelmäßigkeit zu machen, alle zwei Wochen mal in Wechselfolge den Dow oder Nasdaq oder Stenpur, dann zwischendrin auch immer mal wieder das Gold, aber jede Woche das Gold, das wäre mir zu langweilig, aber das musst du natürlich mit dem DAX machen, klar. Aber jetzt ist es heute hier und jetzt das Gold. Vor euch liegt der Wochenchart, bitte jetzt mal nicht dran stören an den FIBOS, die brauchen wir gleich, das habe ich schon mal vorbereitet und wir sind hier immer noch, oder vielmehr, wir spielen hier immer noch mit dieser Zone. 15,27 zu 15,56, die kommt von hier hinten, ich will es nochmal zeigen, hier ist die untere Linie her, hier ist die obere Linie her, auch einige Male touchiert, der war fast dran, der war bei 15,56, schnick schnack. Wochenchart. Das erste, was mir auffällt ist, dass der Bewegung Gegensätze Band hat gedreht, relativ, ziemlich genau, sogar am Hoch. Ist ja noch einmal ganz kurz drüber gegangen, ich meine, das war der Montag, drüber gegangen und dann davon runter. Wir haben jetzt hier einen Shootingstar, der ist da. Wir haben hier, sind wir mit dem Docht etwas drüber, haben diese Linie berührt und seitdem geht es eher so ein bisschen runter, aber die Tatsache, dass das untere der Bewegung entgegengesetzte Band die Richtung geändert hat, lässt mich vermuten, dass wir entweder seitwärts oder leicht korrektiv gehen. Da kommen wir gleich im Tag drauf. Ich bekomme weiterhin Verkaufssignale über das MACD und auch der Oszillator gibt recht frische Verkaufssignale, er handelt unter 80. Und jetzt schauen wir mal auf den Tag, weil das ist, glaube ich, doch eher das, was euch interessiert. Ich mache es mal ein bisschen hoch. Hier ist wieder die Linie, die verändern sich nicht, die Fibos kommen sich gleich zu. Als allererstes ziehe ich mal mit euch einen Trend, das machen nämlich auch viele. Der kommt von hier, liegt hier hoch. Liegen wir dran, ich mache es wieder ein bisschen größer. Wir liegen an dem Trend, der sich verbindet mit dem unteren Bollinger Band. Und es kommt weiterhin hinzu, dieser gesamte Unterstützungsbereich hier. Also es sind jetzt mehr oder weniger drei Händlergruppen, die einen aus dem Chart von den Unterstützungen her, die nächsten von diesen Trendlinien und dann die Bollinger Händler, die sich da treffen. Das ist also schon ein recht wichtiges Niveau und man kann das auch recht genau ausmachen. Das ist hier bei 1.485. Sollte das nicht halten, wird die erste Headline sein. Wir schließen das Gap, was wir hier haben, vom 6.8. Und das war bei 1.472. Da ist der Chart wieder sauber. Das soll das erste kommen. Ich persönlich präferiere immer noch ein Heranpirschen an diese 1.450, die wir sowohl Mitte Juli als auch Anfang August gesehen haben. Als wir da drüber sind, kam es. Also so eine Art Back-to-Breakout. Das präferiere ich immer noch. Vom Tageschart her, außer diesen, wie ich finde, recht wichtigen Punkten. Die gleitenden Durchschnitte drehen leicht nach unten. Es ist noch kein bestätigtes Verkaufssignal. Wir sind negativ nochmal über das MACD und weiterhin, wenn gleich sehr tief, über die Stochastik. Jetzt kommt aber noch eins dazu. Und dafür hatte ich die Fibos vorbereitet. Und zwar hier. Dieser Bereich von 1.450 ist auch das 38,2er Fibo. Trends, vor allen Dingen junge Trends, die sich richtig aufbauen, korrigieren oftmals nur bis zu dem 38er. Aber das sollten sie dann schon mal tun. Also ich rechne eigentlich tendenziell schon noch hier mit. Ich muss dazu sagen, heute hier am Dienstag habe ich die ersten kleinen Verkaufssignale bekommen im Dow. Ich bin im Widerstandsbereich im DAX. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die Aktien in den nächsten Tagen an Schwung verlieren und eher ein bisschen fallen werden. Und in den letzten Monaten war es zumindest dann meistens so, dass daraufhin dann das Gold eher ein bisschen gestiegen ist. Also der darf hier locker wieder hoch ein bisschen. Das darf er. Weil dieser Punkt ist hier für mich sehr wichtig. Ich kann, weil mir das jemand geschrieben hat, nicht genau sagen, ob wir jetzt hier morgen, übermorgen oder in drei Tagen auf das 14.50er gehen, auf das Niveau. Aber ich denke schon, dass wir uns damit nochmal in absehbarer Zeit beschäftigen würden. Und wenn es zeitlich darstellen sollen, würde ich sagen, in den nächsten vier Wochen. Ich habe euch Scheine mitgebracht, wobei ich ganz klar sage, heute hier und jetzt habe ich keinen Handelsbedarf. Das eine ist ein Call. Und zwar dieser hier. Das ist ein 1.395er. Der ist weit weg. Der hat auch für meine Verhältnisse einen kleinen Hebel von 15. 1.395 liegt hier. Der ist für den Fall gedacht, dass wir das brechen und uns mit dem Bereich von 1.450 auseinandersetzen. Erst dann, der kommt jetzt auf die Watchlist, aber erst dann schaue ich mir den näher an, ob ich den kaufen werde. Und 13.95 liegt sogar noch unter dem 50er Retracement. Das wäre für mich so eine Geschichte. Das ist von Goldman, die GB0AQN. Nochmal, es ist kein Kauf heute hier und jetzt. Ich habe keinen Handlungsbedarf. Jetzt gucken wir mal auf den Short. Den Short möchte ich auf jeden Fall hier über dieses High legen. Und da reichen mir ehrlich gesagt nicht nur so 5 oder 10 Punkte. Das müssen schon so 30, 40 Punkte sein. Und ich habe mich dann für den hier entschieden. Das ist ein 1.593er. Der liegt also jetzt hier außerhalb des Charts. Hier oben. 1.593, das ist die GB0-9ER. Ebenfalls von Goldman Sachs. Ebenfalls unlimitiert. Ändert also jeden Tag seine Basis. Die R ist für den gedacht, dass wir das hier nicht halten und runtergehen. Aber das sehe ich momentan auch noch nicht. Den gucke ich mir aber auch an, wenn wir nochmal so eine kleine Korrektur hier oben in diese schraffierte Linie reinmachen. 1.593. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einer jetzt folgenden Bewegung diese Margen herausnehmen, im Moment für gering. Ich finde, der DAX hat viele Söhne und Töchter und die sind momentan einfacher zu handeln als das Gold. Ich gebe auch ehrlich zu, ich hatte hier kein Limit drin. Ich habe das völlig verpennt. Ich habe auf alles andere geachtet, da ich bin momentan sehr viel unterwegs. Der eine oder andere weiß, dass ich da in einer App baue. Aber ich habe es schlicht nicht gesehen. Ich war nicht dabei. Also diese 55 Punkte, die sind völlig an mir vorbeigelaufen. Die habe ich dann erst am nächsten Tag gesehen. Das ist natürlich dann ärgerlich. Aber mein Gott, das kann passieren. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.